Die Band, weil sie auch Partner, Gerd Breuer, Percussion-Universum. Jazz, Thomas Bernd, der Bernd, der Bernd. Jazz. Johannes Fosch. Jazz ist nicht tot, er wird gerade wieder geliebt, selbst im klinikonischen Geist. Moses Christoph. Tiefe Emotionalität. Gesamtdeutscher Wertarbeit des Jazzes. Jedes Mal, wenn gerade das Zelt aufgebaut ist. Das ist nach Bestimmung. Los, Funk-Punk. Musik.